Lasswell, es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Sarin-Gas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Käpt'n wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Lasswell. Wo sind die Raketen? Ich hab Farahs Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Farah. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Farah beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arklow auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastowianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Die sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. Sechs an Ghost. Am Sammelpunkt. Wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Ratsch. Sekunde! Verdammt, Pfarrer. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Ozykstan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern in Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. Er hat nur 24 Stunden, seit Wladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flatter Kerl. Er macht verlorenen Zeit, wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Graves tat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Pfarrer. Das sind wir alle, Käpt'n. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen. Aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnt uns. Da hängt viel mehr dran als Osextan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir sehen uns dann. Alle Stationen. Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Brunhoff Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Reichlich Russen. Konnier hat eine Armee nach Osextan verlegt. Keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Dunkern. Wir sehen einen Zugangspunkt. Markiere ihn. Du wirst eine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem Sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Druck ein rotes Barrett. Roger. Rotes Barrett. Ich habe einen bei den Stallbauten neulich vom Eingang entdeckt. Rotes Barrett. Das ist mein Ziel. Du kannst jederzeit den Drohnenfied überprüfen. Die Drohne bleibt vor Ort. Rotes Barrett. Gut. Verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Conny bewacht das Haupttor. Seh dich um. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Keine Deckung rechts. Sechs. Die Drohne ist noch aktiv. Nutze sie, wenn du sie brauchst. Die Drohne ist noch aktiv. Die Drohne ist noch aktiv. Hier von der Bergseite herunter. Im Feld kommst du vielleicht unentdickt voran. Genau. Leise und tödlich. Hier von der Bergseite. Hier ist ein Der Bergseite. Hier ist ein Oh, oh, oh. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Ich werde diesen Sekten проверigen. Der Gegner! Ich habe das... Bravo. Sechs Amplification. Conny platziert OLF-Spuren in der Basis. Makarov startet einen False Flag-Angriff. Die Raketen sind amerikanisch. Er schiebt es auf Phara und den Westen. Er will die Welt glauben machen, ich sei der Feind. Wir müssen rausfinden, was das Ziel ist, bevor es zu spät ist. Ich bin durch den Perimeter. Roger, such den Offizier, hol die Schlüsselkarte. Achtung, Soap und Ghost sind drin. Schwache Signal da unten. Verstanden. Wir suchen die Raketen und melden uns sobald wir können. Bestätigt. Sichtkontakt zum Offizier. Einer weniger. Überwachung erledigt. Zwei auf einmal. Einer mehr. 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 Das ist Tango 0.1, ich bin in der Position. Entstanden, was da passiert? Zona blockiert. Zona blockiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Das war's für heute. Die ist jetzt passiert. 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 Die ist passiert. Die ist jetzt passiert. Die ist 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 passiert. Spendlicher Juggernaut! An alle! Conny hat Raketenstart eingeleitet! Auf meiner Position! Was ist das Ziel? Die Arkloff-Basis in Kastrovia! Oh nein! Less well! Kilo! Steige hoch! Verstanden! Geh zum Turm! An die Steuerung! Cap! Ich sehe einen Conny-Hilly, der sich deiner Position nähert! Sie kriegen Verstärkung! Muster weg! Conny ist überall! Sie überwachen den Turm! Schlag dich durch! Ich steige den Start so lange ich kann! Also zusammen! 60 Sekunden! Geh zum Kontrolltum! 60 Sekunden! Geh zum Kontrolltum! 30 Sekunden bis zum Start! Reiß! Geh jetzt zum Kontrolltum! Rücke in den Kontrolltum, Vorfahrer! 50 Sekunden! Jetzt, Captain! Die Schutztür, Steuerung! Die... Kilo! Schließe die Schutztür! Jetzt! Kilo! Fahrer! Hörst du mich? Fahrer! Kannst du mich hören? Laut und deutlich! Rakete entschärft! Sprengung geglückt! Chemikalien eingedämmt! Roger! Bravo! Gib mir Bericht! Es ist zu spät, Captain! Conny haben die Steuerung umstellt! Was heißt das, Gas? Zwei Raketen! Starten jetzt nordwestlich von euch! Nein! Nein! Kate! Verdammt! Nein! Sechs an Roger! Sechs an Roger! Kate? Leswell, bist du da? Hm. Hier ist sechs, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Aklov-Basis. Mit chemischen Sprengköpfen! Wenn du da bist! Raus! Sofort! Mit5-.... Cool! Ich kann diese Eiweade gar nicht für behaupten. Vielen Dank.